Hallo Leute, mein Name ist AbbaOrg und heute spielen wir das Spiel Magic Simulator. Das Spiel kommt von einem deutschen Entwickler und da habe ich mir gedacht, muss ich das Spiel doch direkt mal austesten. Das ist sogar schon auf der Frontpage von Roblox. Ja, hier ist übrigens die Statue von dem deutschen Entwickler. Der besitzt das Studio Bumblee Studio und heißt LuxEyes und der hat diesen Magic Simulator entwickelt. Mit dabei sind meine Abonnenten Lars Mark Affen und Pute MFX. Ja, ich weiß gar nicht, ob die schon ein bisschen was gespielt haben. Ne, die sind auch noch alle ganz am Anfang. Okay, wir sind alle ganz am Anfang. Da müssen wir mal gucken, wie das hier alles funktioniert. Wir sind hier anscheinend in so einer sicheren Zone. Ich glaube, das hat wahrscheinlich... Oh, cool, cool. Das ist ja wie bei Harry Potter. Cool. Das ist wahrscheinlich wie bei Ninja Legends, denke ich mal. Dass man hier so ein bisschen hammern muss und dann hat man hier diese Rängel, die man da erreichen kann. Oh, maximale Magie. Du hast deine volle Magiekapazität erreicht. Verkaufe deine Magie am Verkaufsort und verbessere deine Waffen im Shop. Ja klar, dann mach ich das mal. Verkaufen. So, dann wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken, was ich mir da so im Shop holen kann. Zauber Sprüche, Zauberstäbe, Fähigkeiten oder Leaches. Das sieht ja echt cool aus. Erstmal Kompliment an dieses Entwicklerstudio. Das ist hier die Oberfläche. Sieht echt nice aus. Okay, ich möchte erstmal hier ablehnen. Ich hole mir erstmal einen Zauberspruch. Ich hole mal... Ah, Weißer Donner. Das ist der Zauberspruch. Der nächste kostet 82. Okay. Shop verlassen. Dann, äh... Okay, Leute. Wir müssen anscheinend... Wir müssen wohl noch erst ein bisschen zocken. Wir müssen erst noch ein bisschen zocken, bevor wir hier uns den ersten Zauberspruch kaufen können. Dann renne ich jetzt hier einfach mal ganz schnell wie wild durch die Gegend. Und ich habe hier so eine Box mit Münzen eingesammelt. Oh, cool, cool. Insgesamt Münzen verdient. Oh, das schaffen wir wahrscheinlich nicht auf diese Scoreboards. Oh, jetzt habe ich 85. Jetzt habe ich 85. Jetzt kann ich mir, glaube ich, einen neuen... Wow, der fliegt. Der fliegt. Oh mein Gott. Der fliegt. Jetzt kann ich mir anscheinend wahrscheinlich so einen Zauberspruch kaufen. Ja, 82. Kaufen. Zack. Shop verlassen. Und dann gucke ich mal direkt, was wir uns als nächstes kaufen. Als nächstes kommen wir uns einen Zauberspruch. Der kostet 237. Okay, jetzt... Oh, jetzt habe ich hier so einen roten... So einen roten Zauberspruch. Und ich glaube, ich kriege jetzt einen Diamant... Oder hier dieses Zeug hier mehr. Da kriege ich, glaube ich, jetzt einen mehr, oder? Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht hier drauf aufgepasst. Genau, und wir müssten eigentlich... Eigentlich müssten wir auch noch... Ich mache das jetzt mal hier schnell so ein bisschen so. Eigentlich müssten wir ja auch noch so Taschen... So eine Art Tasche, wo wir unsere Magie drinne lagern können. Ja, upgraden können. Ich sehe gerade einen Abonnent. Anderer Abonnent von mir ist auch da. Rotomic. Grüße gehen raus an dich. Und natürlich auch an die anderen. Lars, Mark, Affen und PuterMFX. Ist ja klar, dass ihr hier seid. Da gehen natürlich Grüße raus. Habe ich übrigens vorher in meiner Roblox-Gruppe angekündigt, dass ich jetzt das Video hier gerade aufnehme. Das heißt, wenn ihr mal mit mir zusammen spielen wollt, dann joint am besten mal meine Roblox-Gruppe. Da sage ich ab und zu mal Bescheid, wenn ich ein Video aufnehme. Und dann habt ihr vielleicht die Chance mitzukriegen, ob ich ein Video aufnehme. So, ich habe jetzt 234 Euro. Und ich habe vergessen, wie teuer der nächste Zauberstab war. Was habe ich hier unten eigentlich? Da klicke ich jetzt erstmal drauf. Ah, jetzt bin ich unsichtbar. Und was ist das hier? Oh, jetzt kann ich... Wow, so kann er... Wow, cool. Das ist ein Besen. Cool, wie bei Harry Potter. Oh, jetzt sehe ich auch ganz schnell die Map hier. Wow, wow. Wie lange kann ich denn hier fliegen? Ach, zwei Sekunden noch. Hier gibt es Eier. Hier gibt es Eier, Leute. Die kosten 50.000 Diamanten. Und ich habe nur... Ich habe nur einen. Okay. Äh, fünf meine ich. Okay, cool. Was geht hier denn? Wow, hier gibt es auch noch einen Bosskampf. Oh mein Gott. Und da gibt es noch mehr Eier. Okay, okay, Leute. Okay, wir müssen die Map gleich erkunden. Wir müssen die Map gleich erkunden. Erstmal kaufe ich mir jetzt hier einen neuen Zauberstab, weil ich glaube, das reicht aus. Die 299. Oh ja, genau. 237 brauchen wir. Der nächste kostet 388. Und dann gucke ich mal, was... Fähigkeiten. Fähigkeiten. Flying, Speed, Double Jump, Invisible. Oha. Und was kann ich mir hier noch kaufen? So ein... Ah, das sind wahrscheinlich die... sind wahrscheinlich die Rebirths. Oh, Leute, 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 Leute. Ich glaube, mit dem neuen Zauberstab habe ich... Ich habe da jetzt leider nicht drauf geachtet. Habe ich jetzt vielleicht mehr... Ähm... Ja, mehr Kapazität. Oh, hier kann ich mir auch. Ah, hier kann ich mir für Robox... Kann ich mir was holen. 399. Ah, so viel Robox habe ich glaube ich gar nicht mehr. Kann ich mir nicht kaufen. 9000. Okay, das wird immer günstiger. Maximale Energie. Oh, schnell verkaufen. Schnell verkaufen. Okay, wir... Wow. Okay, man... Ich habe einen doppelten Sprung. Wow. Okay, coole Sache. Dann gehe ich mal hier zum Bosskampf. Ah, der startet erst in 4 Minuten, Leute. In 4 Minuten startet der erst. Meiste Bosskills. Das geht ja noch. Da könnte ich sogar noch aufs Scoreboard kommen, wenn ich hier jetzt ein bisschen suchte. Dann könnte ich da echt noch hinkommen. Dann könnte ich da noch hinkommen. Cool, ey. Wir gehen da oben gleich erstmal hin. Wir gehen da oben jetzt gleich erstmal hin, Leute. Wir gehen da oben gleich erstmal hin. Der Server ist fast leer. Der Server ist fast leer. Und dann würde ich sagen, springe ich jetzt mal auf meinen Besen. Ups. Und dann fliege ich jetzt erstmal... Wow, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Und gehe hier. Ich bin der Einzige, der hier ist. Kann ich hier runtergehen? Ich will hier runter. Ich will hier absteigen. Ich will absteigen. Ah, jetzt bin ich abgestiegen. Ich bin King of the Hill. Leute, ich bin King of the Hill. Ich kriege da irgendwas für. Ich kriege da irgendwas für. Ich weiß nicht, was ich dafür kriege. Was kriege ich dafür? Ah, ich kriege zwei Gems jede Sekunde. Nice, Leute. Und ich werde von ihm angegriffen. Von ihm bin ich angegriffen. Wer ist das? Wer ist das? Okay. Das ist irgendjemand. Aber... Oh, toll. Jetzt hat er mich erledigt. Aber ich war da kurz drauf, Leute. Ich war da kurz drauf. Und... Aber ich habe doch trotzdem nur fünf Gems. Sind das hier die Gems? Ich klicke hier mal drauf. Diamanten, ja. Gamepasses. Was kann man sich denn haufen? Superspeed. 100 Pets kann man hier haben. Oh, mein Gott. Magic, Diamanten, Boosts. Aber die Oberfläche, Leute. Die sieht ultra gut aus. Respekt erstmal. Respekt erstmal an die Entwickler. Hallo? Oh, da ist ein Gem. Da ist ein Gem. 6, 7. Fünf Gems habe ich gekriegt. Da ist noch einer. Da hinten sind noch welche. Oh, jetzt... Dann kann ich mir gleich Pets holen, wenn ich die alle einsammeln. Ich sollte aber ein bisschen weiter schießen. In der Zwischenzeit. Ich muss erstmal zum Sellpoint. Ich muss erstmal zum Sellpoint. Der ist da hinten. Da ist der. Aber ich habe schon 45 Gems. Wow, was geht hier denn ab? Okay, okay. So. Genau, jetzt habe ich verkauft. So, oh, hier ist so ein Excalibur. Excalibur? Oh, Mann, Leute. Ich komme gar nicht dazu, hier alles zu machen. Ich komme gar nicht dazu, hier alles zu machen. So, wo war jetzt das Excalibur-Schwert? Da ist das. Da ist das. Doppelte Magie gibt es hier. Doppelte Magie gibt es hier. Oh, cool. Dieser Schwert im Stein erschafft eine Aura, die die Doppelte Magie gibt. Oh, Mann, Leute. Mann, Leute. Mann, Leute. Da muss ich direkt... Da oben ist eine Truhe. Oh, jetzt geht es hier direkt weiter. Ich weiß gar nicht, was ich so schnell machen soll. Was ich hier immer als nach und nach hier machen soll. Ich gehe jetzt erstmal hier drauf. Ich hole mir jetzt erstmal das Geld hier ab. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, hier die ganzen Sachen einzusammeln. Statt am Anfang zu schlagen, ist, glaube ich, das auch sehr sinnvoll. Hier am Anfang... Nein, mache ich das noch nicht. Ich bin kurz vor der Truhe. Kostenloser Bonus. Okay, ich habe mich drauf aufgepasst, Leute. Was habe ich gekriegt? Was habe ich gekriegt, Leute? Das habe ich leider nicht. Da hinten ist ein Clown-Fisch und irgendein anderer Fisch. Das sind übrigens die beiden Fische, die bei Findet Nemo auch dabei waren. Also Dori und Nemo und der Vater. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Uh, da oben will ich gleich noch hin. Da oben will ich gleich noch hin. Oh, man Leute, man Leute. Ich glaube, ich kriege das gar nicht hier alles. Das Video will viel zu kurz sein, um dieses Spiel hier zu erkunden. Ihr müsst das auf jeden Fall auch ausschenken. Und hier kriege ich auch einen kostenlosen Bonus. Tag 1. 100 Gems einlösen. Ich kriege 100 Gems, Leute. 100 Gems. Jetzt habe ich schon 260. Ich glaube, ich kann mir gleich das erste Pad kaufen, wenn ich ehemum ein günstiges Pad finde. Und der Boss ist da, Leute. Der Boss ist da. Wir fliegen zum Boss. Wir fliegen zum Boss. Wir fliegen zum Boss. Das funktioniert. Hui. Okay. Kann ich den irgendwie ablegen? Ich weiß nicht, wie ich den Besen loslasse. Ich muss jetzt erst mal 6 Sekunden warten. Okay, ich schreibe mal in den Chat. Lass Boss machen. Lass mal den Boss machen. Oh, der Boss greift mich an. Der Boss greift mich an. Der Boss greift mich an. Ich habe jetzt in den Chat geschrieben, dass wir mal den Boss fight machen sollen. Mal gucken, was dabei kriegt. Ah, da gibt man Jams. Da gibt man Jams, Leute. Da gibt man Jams. Ich kriege 35 Jams. Oh, das ist die Lösung, Leute. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. So kriege ich ein Pad voll, Leute. So kriege ich ein Pad voll. So kriege ich die Jams für ein Pad. So kriege ich die Jams für ein Pad. Und wir haben ja sofort down. Wir sind hier mit 5 Leuten an der Gänge teilweise. Wir sind hier. Ich mache weiter. Ich mache weiter, obwohl ich verkaufen könnte. So, ich habe 310 Jams jetzt gerade noch. Jetzt kriege ich 1555 Jams habe ich gekriegt, Leute. Oh, danke an Puter MFX und Blas, Mark, Affen und natürlich auch an alle anderen, die hier mitgeholfen haben. Aber ich denke mal nicht, dass das meine Zuschauer sind. Aber trotzdem natürlich, Grüße gehen raus an euch. Jetzt habe ich 1900 Jams. Jetzt gehe ich erstmal schnell zum Sellpoint. Jetzt gehe ich mir erstmal schnell zum Sellpoint. Da hinten ist eine Kaugummimaschine. Leute, Leute, kommt bald, kommt bald. Kann ich da nicht hin? Tret unsere Gruppe halt bei, um das hier freizuschalten. Mitgliederbelohnung. Leute. Leute, ich bin kurz AFK, würde ich mal sagen. So Leute, ich bin jetzt der Gruppe beigetreten. Ich bin jetzt der Gruppe beigetreten. Kann ich jetzt direkt rein? Ne. Ich setze mal meinen Charakter zurück. Nein. Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Oh, ich habe ja einen Blumenzauberstab. Das ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen. Ich habe mich jetzt zurückgesetzt. Hoffentlich kann ich da jetzt rein. Kann ich da jetzt so rein? Oder muss ich neu joinen? Weil wenn ich neu joinen, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ah doch. 500 Jams, Leute. 500 Jams. Oh mein Gott. Und hier sind noch mehr Jams. Hier sind noch mehr Jams. Da. Zack. Da sind einer und noch eine Truhe. So Leute, jetzt gehe ich wieder auf Besuch nach Petsch. Jetzt gehe ich wieder auf Besuch nach Petsch. Tier 1. 750 Jams. 3000 Jams. Okay, ich kaufe mir jetzt erstmal. Ich kaufe mir jetzt drei Stück. Ah, das geht nicht. Abbrechen. E. Einkaufen mir. So. Und, und, oh, 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 oh. Coole Animation, Leute. Coole Animation. Also. Hahaha. Cool. Was ist das denn für ein Ding? Ich habe ein Vogel. Okay, so sehen hier also die Vögel aus. Und dann hole ich mir direkt nochmal ein Pad. Würde ich sagen. Ach, ein Vogel war. Ein Vogel war normal. 20%, aber nur 20% Chance. Wäre natürlich cool, wenn ich jetzt so einen Wolf oder so einen Hasen kriege. So, in der Zeit gehe ich mal auf mein Inventar. Oh, ich habe ja sowieso die ganze Zeit schon was. Warum habe ich dann schon mehr Zeit mit Katze? Das wusste ich gar nicht. Oder, nee, das, ah, das habe ich jetzt durch den, ah, okay. Das habe ich jetzt parallel gekriegt, wenn das eine Invention läuft. Okay, ausrüsten. Ausrüsten. Aber man kann, ah, doch, das geht. Okay, mal ein Diamanten. Okay. Man kriegt mehr Magie und mehr Münzen. Nice, Leute, nice, Leute. Okay, dann kaufe ich mir noch ein Pad. Dann kaufe ich mir noch ein Pad. Und dann gehe ich schon mal direkt ins Inventar. Was war das? Es war ein Ha... Das war ein Hase, Leute. Das war doch das Megaseltene. Hier, einsammeln. Leute, nice. Nice, so, jetzt habe ich erst mal drei Pads. Verkaufe Magie, Verkaufe Magie. Und ich kriege direkt 2000. So, jetzt geht es ab, Leute, jetzt geht es ab. Gut, dann würde ich sagen, hier kann man auch irgendwas machen. Okay, wir gehen einfach mal bei den Boss-Fight rein. Wir gehen einfach mal bei den Boss-Fight. Da gehen wir einfach mal rein. Bei den Fight gegen andere Player, meine ich. Okay, ich denke mal, in 30 Sekunden werden wir teleportiert. Und die sind jetzt um. So, jetzt bin ich hier bisher alleine. Anni, da ist noch jemand, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Okay, der hat irgendwas, das sieht heftiger aus als meins. Okay. So, jetzt gehe ich unsichtbar. Jetzt gehe ich unsichtbar. Oha. Oha, Leute. Oha, Leute. Ich glaube, ich glaube, der macht mich fertig. Ich glaube, der macht mich fertig. Ich habe viel weniger Leben als der. Und ich habe den gar nicht den Zauberstab ausgerüstet. Oh, Leute, ich bin so ein Noob. Ich bin noch ein Noob in diesem Spiel. Ich kann gar nicht schießen. Warum kann ich nicht schießen? Ah. Ah, Leute. Leute. Wir haben mich sofort. Er hat mich sofort. Er hat mich sofort. Er hat mich sofort. Er hat mich sofort. ein Hit noch. Ein Hit noch. Ein Hit noch. Jetzt schnell ein Hit. Egal. Ich nehme keine Rückseite auf meine. Nein. Ich habe gezockt, Leute. Ich habe gezockt und verloren. Mann, 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 Mann. Na, egal. Zweiter Platz. Erster Platz. Ich war erster Platz. Nice, Leute. Nice. Nice, 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 nice. Ich habe 1000 Gems gekriegt. OMG, würde ich mal sagen. OMG. Wie teuer war denn das eine Patch hier? Wie teuer war das denn? Ah, 3000. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. So, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was euch an dem Video gut gefallen hat. Und ja, wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt, könnt ihr mal gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mal zusammen spielen wollt. Geht in meine Roblox-Gruppe. Link ist in der Videobeschreibung. Und grüße ich nochmal raus an die Abonnenten, die hier mit reingejoint sind. Und an LuxEyes. Cooles Spiel. Respekt dafür. Hast du echt gut gemacht. Und dann würde ich euch auch noch einen schönen Tag. Bis denn. Ciao. Ciao.